Du willst, dass dein Spiel so oder so aussieht, dann bist du hier an der richtigen Stelle, denn ich zeige dir heute, wie du für die neueste Minecraft-Version, also die 1.19.4, Optifan installieren kannst und dazu natürlich einen wunderschönen Shader, wie den, den ihr hier gerade seht. Aber bevor das Tutorial beginnt, du kannst, wenn ihr von euch abonniert und es würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr mal ein Abo da lasst und die Glocke läuten lässt. So, dann beginnen wir direkt mit dem ersten Step. Der erste Step ist es, einfach in irgendeinen eurer Browser zu gehen und hier im Suchen einzugeben, Optifan Download. So, dann kommt ihr hier auf den Link, Optifan Downloads, geht da einfach drauf und geht hier auf Mirror. Auf Download habt ihr ein bisschen mehr Werbung, Mirror ist da einfach ein bisschen billiger. Hier oben rechts wird es installiert. Dann der nächste Schritt ist es, dann einfach einmal in die Store zu gehen. Ja, wie man es hier sehen kann, habe ich es schon zweimal installiert, weil ich es einmal ein bisschen verkackt habe, also nicht so schlimm. Aber hier könnt ihr dann einfach auf Daten drücken. Eben hatte ich das Problem, dass da stand, ey, du musst einmal die offizielle Minecraft-Version 1.19.4 einmal benutzen und dann kannst du hier erst auf Install drücken. Da kam dann eine Fehlermeldung. Dann müsst ihr hier einfach einmal die, in Minecraft halt einfach einmal die 1.19.4 einmal öffnen und dann könnt ihr sie sofort schließen, müssen keine Welt laden, einfach einmal einladen, wieder raus und dann passt das. Dann könnt ihr hier auf Install klicken und dann wird Optifan automatisch in euren Minecraft-Launchern zugefügt. Der nächste Schritt ist, weil ihr seid ja nicht doof für Optifan hier. Ihr könnt mit Optifan ein paar mehr Features haben, aber die Shader kommen ja nicht direkt von Optifan. Also, der nächste Schritt ist es. Geben wir doch einfach mal ein Minecraft-Shader. Aber warum denn nicht? Man will ja sofort einfach suchen. Und man geht hier einfach auf den zweiten Link, Minecraft-Shaders. Rollt hier ein bisschen runter, geht auf Complementary Shader, also ein sehr schöner Shader. Zieht Leistung, zieht aber nicht so extrem viel Leistung, wie man denkt bei Shadern. Und es wird halt einfach super schnell geupdatet. Ich meine, man sieht hier, es ist schon auf der neuesten Version. Also da kannst du euch immer gute Performance erwarten mit sehr neuen Versionen. Dann geht hier unten auf Download Links, dieses grün hinterlegte Ding. Geht hier auf das. Und dann wird der Complementary Shader installiert. So, wie können wir das denn jetzt in Minecraft hinzufügen? Oder sagen wir mal, in Optifan hinzufügen. Denn Optifan ist das Programm, mit dem wir jetzt hier ganz einfach unsere Shader benutzen können. Ihr gebt ein, hier unten, wie ich hier eingegeben habe, Prozent AppData Prozent. Das ist einfach ein Dateiordner, wo ihr normalerweise nicht so wirklich reinkommt, ohne dass ihr danach sucht. Ihr öffnet den einfach, kommt hier rein. Hier gibt es Punkt Minecraft. Punkt Minecraft könnt ihr jetzt einfach öffnen. Dann erstellt ihr einen Ordner namens. Ganz wichtig, der muss genauso heißen. Sonst erkennt Optifan diese Shader nicht an. Der heißt Shader Pack. Ich kann jetzt hier leider nicht konfirmen, weil ich habe ja natürlich schon so einen Ordner. Ich habe schon mehrere Toils gemacht auf diesem PC. Aber hier seht ihr, der heißt exakt gleich. Hier könnt ihr einfach mal reingehen. Ihr seht, ich habe hier schon die Shader drin. Aber ich zeige euch natürlich sofort nochmal, wie es geht. Am besten habt ihr immer noch die Downloads offen in einem anderen Explorer-Tab. Und dann könnt ihr hier einfach den Complimentary Shader reinziehen. Noch schön in der ZIP-Datei, nicht ansippen oder so. Und ja, das war es eigentlich. Jetzt können wir einfach ganz einfach in Minecraft einladen. Und dann kann ich euch ganz schnell zeigen, wie ihr diesen Shader noch richtig schön aktivieren könnt. Und wie der dann am Ende noch aussieht. So, wenn ihr jetzt in Minecraft eingeladen seid, ihr müsst einfach bei Minecraft Launcher links unten die Version auswählen. Dort, wenn es nicht automatisch schon ausgewählt ist, könnt ihr dann in die Version auswählen. 1.9.4 Optifine erkennt ihr sofort. Hier könnt ihr dann einfach in eine Single-Player-Welt rein. Ich gehe jetzt hier einfach in diese eine Show-Welt, die ich schon mehrmals benutzt habe. Und hier geht ihr dann einfach in Options, Optionen, Video-Settings und dann hier links unten auf Shaders. Dann könnt ihr hier einfach auf die Shader klicken, die ihr haben wollt. Ihr könnt hier alle Shader reinmachen, die ihr wollt. Kommt darauf an, wie viel euer PC handeln kann von Performance her. Deswegen der Complimentary Shader ist eigentlich ein Shader, der auf den meisten Mid-Range-PCs eigentlich noch super laufen sollte. Ähm, genau. Und dann seht ihr hier, so sieht das dann aus. Die Welt lädt noch ein bisschen, aber ihr könnt euch das so vorstellen, dass ihr gute Reflektionen habt. Schatten, alles einfach ein bisschen realistischer aussieht. Und natürlich, dass Light einfach viel besser aussieht. Also die Lichtreflektion, Licht an sich, alles ein bisschen besser aus. Ja, ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Aber nicht vergessen, Abo da lassen. Tschüss.